Macht das nicht falsch in Fallout 4. 12 Anfängertipps, wenn ihr jetzt durchstartet mit dem Fallout Next Gen Update oder einfach so, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Ja, liebe Leute, dass ich hier nochmal Fallout-Videos zu Fallout 4 bringe, hätte ich nicht gedacht. Ist das wahrscheinlich beliebteste Fallout aller Zeiten und die Spielerzahlen sind in den letzten Tagen wirklich in die Höhe geschossen, wegen natürlich der Fallout-Serie auf Amazon. Ich gucke sie, bin jetzt, glaube ich, bei Folge 5. Bislang gefällt sie mir sehr gut, finde sie ein bisschen brutal, aber das gehört ja auch irgendwie zu Fallout. Ja, 12 Tipps für euch, falls ihr jetzt einsteigen wollt in das Game. Vielleicht eingestiegen seit damals, jetzt nochmal ein kleines Fresh-Up, fast eine Dekade später. So, wir starten das Ganze mit Loot-Caves. Das sind die ersten beiden Tipps. Tipp Nummer 1 ist die Loot-Cave hier in Sanctuary hinter dem blauen Haus im Wurzellager. Ja, da müsst ihr nämlich reingehen und das lohnt sich mal so richtig, denn hier, ihr seht es gleich, gibt es nämlich, hoppala, Goldbarren gibt es hier. Und zwar neben dem Safe. Später könnt ihr den Safe vielleicht dann auch noch knacken. Aber hier gibt es so richtig viel einzusammeln, das auf jeden Fall alles mitnehmen, direkt in Sanctuary, direkt am Start. So habt ihr den bestmöglichen Start. Also hier auf jeden Fall darauf achten, auch mal so kriechen ein bisschen und gucken, wo ist denn hier jeder letzte Barren versteckt. Also her mit den Barrener. So, als nächstes Leiter wieder hoch und dann kommen wir zu Tipp Nummer 2, dem nächsten Loot-Spot. Hier direkt wieder an dem Haus und zwar auf den Baum hoch. Dann biegt ihr rechts ab und da seht ihr schon eine Tasche. Da ist mit drin unter anderem Molotow-Cocktail eine Pistole und auch Munition eine Silberschale. Das lohnt sich doch mal so richtig, diese zwei kleinen Spots direkt abzugrinden. Achtung vor der Radiation ist Tipp Nummer 3. Ihr dreht nicht am Rad, das ist das, was da unten steht, sondern eure Verseuchung. Und das könnt ihr allerdings wegmachen und zwar mit dem Medikament Red Away. Dafür hier einfach ins Inventar gehen. Wir gehen auf die Hilfsmittel und da seht ihr schon Red Away. Ja, Red X, das kann natürlich auch dann schon vielleicht ein bisschen was machen. Red Away ist das Mittel eurer Wahl. Ist nicht so häufig am Anfang zumindest. Man muss sich schon ein bisschen drum kümmern. Und ich habe jetzt hier wieder Tearing in Fallout 4. Das ist wirklich ein Problem. Manchmal habe ich richtiges Tearing, dann stelle ich irgendwas um, starte den Bildschirm neu und es ist weg. Ach, witzig. Für euch gibt es hier, glaube ich, gerade kein Tearing. Das ist nur für mich auf meinem anderen Bildschirm. Habe ich mit keinem aktuellen Spiel, kann man aber auch Fallout 4 keinen Vorwurf machen. Ich habe ja eine 4080. Hat er gar nicht erkannt. Tipp Nummer 4 bezieht sich auf den Pitboy und auch auf Licht. Denn ihr könnt die Pitboy-Farbe verändern tatsächlich. Und wenn ihr hier alles nach rechts schiebt, dann ergibt das Weiß. Es wirkt sich dann teilweise auch auf Licht aus und so könnt ihr dann teilweise deutlich besser und heller sehen. Auch der Pitboy hier, ja, kann man ganz gut lesen. Kann man auch da natürlich wieder zurück einstellen. Hier bei Einstellungen und dann Hilfe. Nicht Hilfe. Bei Einstellungen und dann natürlich hier auf Anzeige. Und soweit ich weiß, wurde das sogar vom Anzeigenhauptmeister approved. Also das ist doch mal doppelt gut. Tipp Nummer 5, der lautet, alles mitnehmen. Warum alles mitnehmen? Ihr könnt alles eigentlich wiederverwerten, in der Basis zumindest. Alles irgendwie gebrauchen. Und zwar auch, wenn du schnell zugemüllt wirst. Das ist der Standard-RPG-Trick oder Tipp für jedes RPG. Aber ganz wichtig, ihr könnt halt immer die Schnellreise machen. Und zwar hier zurück nach Sanctuary, wo auch immer ihr hin wollt. Das könnt ihr easy machen. Dann geht ihr hier einmal kurz zum Beispiel zur Werkstatt, Transfer, gesamten Schrott einlagern. Und da seid ihr schon mal die meiste, das meiste Zeug los. Und wenn ihr ganz viele Waffen dabei habt, ihr seht, ihr könnt die auch tatsächlich hier verwerten. Wenn ihr sagt, zum Beispiel die Impropistolen, die sind absoluter Müll. Ja, dann werden die wiederverwertet. Da gibt es vier Stahl jetzt draus. Die 10 Millimeter gibt es sogar fünf. Und hier könnte ich jetzt Holz auch noch ein bisschen rausbekommen. Mache ich aber nicht. Das benutze ich ganz gerne. Also alles mitnehmen. Ihr könnt das halt verwerten. Hier an der Waffenwerkbank. Hier an der Werkstatt könnt ihr es einfach rein transferieren. Lieber haben als brauchen in Fallout 4. Ja, ich baller sehr, sehr gerne. Und das ist Tipp Nummer 7. Aber auch der Nahkampf, der kann sich wirklich mal lohnen. Denn man ist relativ schnell out of ammunition. Und deswegen benutzt auf jeden Fall eure Nahkampfwaffen. Gerade so ein Schlagstock, der kann dann ordentlich mal reinknödeln. Super nachhaltig. Und dann habt ihr die Munition für die wirklich schwierigen Kämpfe. Welche das sind, das weiß man leider erst immer hinterher. Aber schießen macht halt zu viel Spaß, um es irgendwie sein zu lassen. Aber im Endeffekt, ja, schlagen ist sinnvoller. Tipp Nummer 9. Waffen solltet ihr auch aufheben. Ach, hoppala. Jetzt kam ja eigentlich 8. Naja, Tipp Nummer 8. Waffen solltet ihr auch aufheben. Auch dann, wenn ihr sie nicht braucht. Auch nicht zum Zerlegen haben wollt. Aber die geben euch immer Munition. Könnt ihr dann auch direkt wieder fallen lassen, wenn ihr möchtet. Muss sagen, Inventar ist natürlich ein bisschen clunky. Aber ja, es lohnt sich trotzdem. So, und jetzt aber der Tipp Nummer 9. Und zwar zu den Level-Ups. Die kriegt man doch schneller, als man denkt. Und ich finde, ja, für Einsteiger ist die Skill-Tabelle relativ unübersichtlich. Ich fand es nicht so direkt ersichtlich als Einsteiger, dass man hier auch weiter nach unten gehen kann. Mein Tipp auf jeden Fall, sich direkt den Hacker zu holen. Super coole Sache. Und auch mega lustig ist der mysteriöse Fremde. Da habt ihr einfach random mal eine Hilfe am Start. Überlegt euch einfach, wo ihr hin wollt. Kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen. Es gibt viele krasse Builds in Fallout 4. Auch relativ unterschiedliche. Das Spiel ist nur mittlerweile alt genug. Könnt ihr auch ansonsten mal einfach googeln zu den Top Builds. Kann auf jeden Fall den Hacker und natürlich auch Schlösser knacken. Finde ich jetzt super sinnvoll am Anfang. Da kommt man dann halt auch relativ schnell eben an einige Schätze ran. Tipp Nummer 10 bezieht sich auf Ghule. Wenn ihr Ghule schnell und einfach besiegen wollt. Dann die Empfehlung. Schießt den möglichst in die Beine, in die Füße. Denn wenn die abfallen, dann könnt ihr die einfach im Nahkampf platt machen. Da sind die sehr fragil. Weil die halt so schnell sind, nehmt ihr ihnen die größte Stärke weg. Die einzige Stärke vermutlich. Ja, wenn sie im Rudel kommen, wird es schwierig. Und wenn ein Aim so schlecht ist wie meins, ist es nochmal schwieriger. Aber das ist vielleicht einfach trotzdem ein ganz guter Tipp. Zielt auf die Beine. Da sind nicht nur Urukai schwach gepanzert, sondern auch Ghule. Und dann eben im Nahkampf einfach weggurdeln. Tipp Nummer 11. Ja, vielleicht habt ihr sie schon, wenn ihr am Anfang unterwegs seid. Ich glaube, in der ersten Stunde kriegt man sie ja schon. Die Power-Rüstung. Und die Power-Rüstung hat ja so einen Fusionskern drin. Das wisst ihr spätestens, wenn ihr die Serie geguckt habt. Aber dieser Fusionskern, da seht ihr das rechts unten, der kann auch leer sein. Und wenn der leer ist, dann könnt ihr den verticken bei Händlern. Das heißt, ihr nehmt euch diesen Fusionskern hier raus. Und der ist relativ viel wert. 200, da seht ihr das. Selbst wenn die Ladung so gut wie leer ist oder leer ist, hat der noch einen guten Wert. Also das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten und machen. Wenn der Kern leer ist, nicht wegwerfen oder so. Den könnt ihr noch verticken. Tipp Nummer 12 ist wirklich ein easy, quick tip für die Siedlung. Ihr könnt nämlich eure eigene Siedlung verschrotten. Zumindest zu teilen. Da seht ihr es verwerten. Wir kriegen hier 10 Stahl aus dem Auto. Wir kriegen hier 6 aus dem Briefkasten. Und ihr könnt ganze Gebäude oder ganze Gebäudeteile hier verwerten. Also wirklich hier den ganzen Müll, der hier rumliegt, könnt ihr benutzen, um eure Siedlung eben nach euren Bedürfnissen aufzubauen. Nach euren Überlegungen. Und da gibt es einige Gegenstände, die echt praktisch sind. Und vielleicht auch echt hässlich aussehen in den Buden hier. Ja, guck mal. Den Herd. Ja gut, der sah jetzt ganz nett aus. Stoff und Stahl kriegst du hier wirklich in rauen Massen. Und auch kleine Gegenstände, die so wirklich unscheinbar sind. Da lohnt es sich teilweise einfach mal, das zu scannen und zu zerstören. Denn damit kannst du dann teilweise auch schon richtig ordentliche Gebäude machen. Zum Beispiel hier so ein Fertighaus. Ja, das habe ich jetzt direkt schon zusammen. Wie so ein Stall. Kann man mal machen, wenn man möchte. Ja, und vor allem natürlich hier solche Ruinen. Die sind extremst ertragreich. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und dann natürlich auch nach Möglichkeit irgendwie befestigen, damit hier nichts Schlimmes passiert. Generell finde ich das Siedlungsfeature hier echt super spaßig, super spannend. Und muss sagen, dass Bethesda da damals schon einen guten Riecher für hatte. Andere Games kommen da bis heute noch nicht dran. Man muss sagen, auch hier die Menüführung ist, glaube ich, somit das Schwächste, das Unübersichtlichste hier an der Stelle in Fallout 4. Aber ja, gibt Schlimmeres. By the way, kannst du auch natürlich die Sachen hier einfach umplatzieren, die dir nicht gefallen. Kann man auch machen. Und sogar ganze Bäume werden hier verschrottet, damit es hier noch lebendiger aussieht, Kappa. Persönlich muss sagen, mich hat es echt nochmal gepackt, hier mit Fallout 4 anzufangen. Und ich finde es immer wieder krass, was so Serien mit Game-Releases machen oder mit alten Games machen. Bei The Witcher 3 hat man das gesehen. Da wurde der All-Time-High durch die Witcher 3 Netflix-Serie erreicht. Hier haben wir jetzt aktuell einen Peak gehabt von, ja, ich glaube, 83.000 am Sonntag. Jetzt am Montag nochmal 76.000. Leute haben das gespielt. Und All-Time-High, ja klar, das war natürlich deutlich höher mit 480.000. Aber es gab kein anderes Event, wo dieses Spiel so krass durchbefeuert wurde, wie jetzt durch die Amazon-Serie. Bedeutet, wir sind hier im zweitgrößten Fallout 4-Hype aktuell schon. Ich weiß nicht, ob ihr da drin seid, aber ich auf jeden Fall. Ich finde, das Spiel macht wahnsinnig viel Spaß. Hatte einfach richtig Bock, hier selbst unterwegs zu sein und das selber zu erleben. Nochmal nach all der Zeit, ein Jahrzehnt später in Fallout 4. Das Next-Gen-Update, das kommt ja jetzt auch, ich glaube, am 25. war es dann raus. Leider nicht mit Raytracing oder so, was ich mir gewünscht hätte. Allerdings eben natürlich mit 4K60 für die Konsolen. Ist, glaube ich, aber nur hochskaliert und keine Objekte, die jetzt mehr Texturen haben. Am PC gibt es dafür Mods, HD-Reworked-Mods. Die kann man ganz gut nutzen und vielleicht modde ich mir mein Fallout auch nochmal so richtig schön. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn ihr hier gerne dranbleibt. Hier wird euch noch ein Video vorgeschlagen oder da auch. Beide, weil Fallout-Videos, das ist, glaube ich, mein erstes Fallout-Video überhaupt. Vielleicht habe ich mal was über Fallout 76 gemacht, vielleicht auch nicht. Das war ja so eine ganz andere Kiste. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Dabeisein und wünsche euch noch den besten Tag aller Zeiten. Bleibt gerne mit dem Abo mit dabei, falls es noch nicht getan. Und dann sehen wir uns bald. Euer Bald-Glocke, tschüss, Ananas. Bis zum nächsten Mal.